Wenn man mit seiner eigenen kleinen Welt sehr zufrieden ist und einem plötzlich schon wieder die ganze Welt zu Füßen gelegt wird. Ja, geil, danke und gleichzeitig, ja, ich weiß es nicht. My Trip mit Sule immer entlang der südwestlichen Europaküste. Ich freue mich, dass du wieder eingeschaltet hast und wünsche dir ganz viel Spaß bei meiner neuen Folge. Heute Morgen habe ich mich noch gefragt, okay, spiele ich heute Shows in Barcelona oder bleibe ich hier, räume ich was auf, trainiere ich, was mache ich jetzt als nächstes? Es sind einfach so viele Sachen, die sich gerade überschlagen, so viele Dinge, die passieren, obwohl ich eigentlich, ja, nur hierbleiben möchte und das Leben hier quasi gerade geliezen möchte. Jetzt kommt auch gerade wieder die Sonne raus und ich sitze im Homeoffice und bin am überlegen, was mache ich? Okay, was ist eigentlich los? Fangen wir so an. Ich war am Strand heute Morgen, habe mich gestretched, habe ein bisschen was gesportelt und dann sehe ich eine Nachricht von einem Kumpel, der, ja, weiß ich gar nicht, wo der eigentlich jetzt gerade ist. Ich glaube, der ist gerade in Las Vegas. Den habe ich auf jeden Fall in Brasilien kennengelernt. Der ist ein Trampball- und Trampolinartist, auch von Cirque du Soleil und er hat mir einen Link geschickt, dass im Moment männliche Rhönradartisten von Soleil gesucht werden für eine Show, die in der zweiten Jahreshälfte anfangt zu proben und dann halt auch auf Tour geht. Bei einer richtig coolen Show bei Alegria und es ist auch eine Touring-Show, weil in einer Show, die nur an einem Platz wäre, zum Beispiel halt nur in Las Vegas, würde ich halt einfach die Krise kriegen und würde ich auch gar nicht machen können oder wollen. Und ja, Touring-Show ist halt ziemlich cool. Dann ist man immer so zwei, drei Wochen bis zwei Monate an einem Plätzchen, spielt er seine Shows und dann geht es woanders hin und das ist eigentlich ein ganz nice life. Ja, jetzt ist die Frage, die ich mir stelle. Ist es klar, dass ich kein männlicher Rhönradartist bin? Definitiv nicht. Aber es wird Rhönrad gesucht. Deswegen ist jetzt die Frage, können die so eine Nummer umschreiben, auch auf weiblich oder wieso genau nur Männer? Ich verstehe es nicht. Also es gibt es ja immer mal wieder, dass aber einfach nur Männer gesucht werden. Das ist schon gemein, oder? Und ich habe ihn jetzt auch gefragt, weil ich meine, er kennt ja so ein bisschen mehr die Gegebenheiten beim Cirque und deswegen habe ich mal gefragt, ob ich mich dann trotzdem bewerben soll. Ich meine, er hat es mir halt geschickt. Schaden kann es wahrscheinlich nicht, wenn die mal das Material sehen und sehen, hey, okay, da ist jemand. Ja, ich sitze hier irgendwo im Nirgendwo, habe schon seit Ewigkeiten kein Rhönrad in der Hand gehabt. Okay, ich habe es in der Hand gehabt, als ich zu Hause war. Ziemlich kurz, kaum was gemacht und davor halt im Winter. Aber ich meine, dass ich das mache, seitdem ich ein kleines Kind bin, ist es mir im Blut. Und wenn ich es dreimal mache, dann kommt es auch alles wieder. So ist es nicht. Also da habe ich gar keine Angst vor. Aber wenn die halt ein Video haben möchten, was ich jetzt gerade mache, extra für sie, kann ich halt leider nicht, weil mein Radl ist über 1000 Kilometer entfernt von mir. Schade. Ja, deswegen. Überlegung, Überlegung. Ich habe jetzt 10 Tage Zeit, um mich zu bewerben. Dann läuft die Frist ab und natürlich wollen die auch alle möglichen anderen Sachen immer haben. Wie zum Beispiel, dass man an einem Seil hochklettert, ohne Beine benutzen. Kann ich natürlich nicht. Aber das können auch nicht alle Artisten von Cirque du Soleil. Also das wird dann manchmal mit einem Augenzwinkern. Ja, okay, kannst du halt einfach nicht abgetan von Aya da dran. Wird es nicht scheitern. Das braucht man ja auch definitiv nicht im Rhönrad. So. Ja. Auf jeden Fall ist wieder einiges, was sich hier entwickelt, was hier passiert, wo ich mir denke so, okay, das Leben hat schon wieder ein paar Überraschungen bereit. Vielleicht ärgere mich ein bisschen, dass ich nicht noch mehr Gas gegeben habe und fleißiger war in der letzten Zeit, weil die wollen natürlich auch alle drei Spagate sehen. Ja, gut. Ich komme in alle drei Spagate rein, aber mein hübscher Überspagat von, was weiß ich, 30 Zentimeter, der ist gerade nicht da. Also ich kann da nicht übermäßig glänzen. Aber gut. Ich glaube, ich gehe jetzt einfach schnell mal raus, mich nochmal ein bisschen dehnen. Und dann kann ich ja zur Not auch in einer Woche diese ganzen Videos mal aufnehmen und dann einfach mal gucken, dass ich bis dahin einfach noch ein bisschen was gebacken kriege. Wobei nächste Woche kriege ich ja Besuch. Von daher könnte das auch wieder ein bisschen schwierig werden. Naja, wir werden sehen. Ich halte euch ja eh auf dem Laufenden. Ganz liebe Grüße. Deine Gina. Naja, wir werden sehen. 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 Vielen Dank.